Die Green Investment Group, Teil der Macquarie Group, hat angekündigt, dass sie eine Zusammenarbeit mit Nobian eingeht, um einen industriellen Entwickler von grünen Wasserstofflösungen namens Hydrogen Chemistry Company zu gründen. Das Unternehmen will großen Industrien helfen, mit H2 effektiv zu dekarbonisieren. HiCC wurde mit dem Ziel gegründet, grüne Wasserstofflösungen bereitzustellen, die für die Dekarbonisierung großer Industrien erschwinglich, sicher und zuverlässig sind. Zu ihren Zielen zählen Chemikalien, Stahl und Raffinerie. Der Beitrag von Nobian zu der Zusammenarbeit ist ein Erfahrungsschatz in der Elektrolyse im großen Maßstab. Es wird diese Erfahrung mit den Ressourcen von GIG und der Erfahrung in der Projektentwicklung kombinieren. Ziel ist es, diese Stärken zu nutzen, um HiCC zu ermöglichen, Investitionen zu beschleunigen und die Entwicklung von Großprojekten voranzutreiben. Wir haben ein starkes technisches und kaufmännisches Team und eine gesunde Pipeline von großen grünen Wasserstoffprojekten, sagte HiCC-Geschäftsführer Marcel Gallier. Die Unterstützung durch diese beiden führenden Unternehmen ermöglicht es uns, unser Portfolio weiter auszubauen, um ein führendes Unternehmen in der sicheren und zuverlässigen Versorgung mit grünem Wasserstoff zu werden und einen entscheidenden Beitrag zum Ziel der EU zu leisten, 40 Gigawatt zu realisieren Wasserstoff-Elektrolyseure bis 2030. Die Unternehmen in der Kooperation mit grünen Wasserstofflösungen haben ihren Anteil 50-50 aufgeteilt. GIG und Nobian halten jeweils 50% der Anteile an HiCC. Der Kooperationsvertrag soll im März nächsten Jahres abgeschlossen werden. Wenn dies der Fall ist, wird HiCC mit einem speziell aufgebauten H2-Spezialistenteam zusammenarbeiten, das sich auf Bereiche wie Fertigung, Technologie, kommerzielle Entwicklung, Projektmanagement und ein Elektrolyse-Projekt-Pipeline-Netzwerk von über 400 Megawatt spezialisiert. Dieses Netzwerk wird eine geplante 40 Megawatt-Anlage in den Niederlanden umfassen, die erneuerbares H2 für Flugkraftstoffe sowie erneuerbares Methanol produzieren wird. Darüber hinaus wird es eine 100 Megawatt-Anlage in der Nähe von Amsterdam für die Stahlproduktion sowie eine in Rotterdam umfassen, die eine 250 Megawatt-Anlage sein wird, die sauberes H2 anstelle der derzeit bestehenden fossilen Brennstoffe produziert. Dieser Deal wird es HiCC ermöglichen, seine Pipeline für grüne Wasserstofflösungen zu erweitern, um auf dem europäischen Markt weiter zu expandieren. Vielen Dank, dass Sie sich für hydrogenfionews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf HFN. Untertitelung des ZDF für funk, 2017